mit der leiche im spinn habe ich nicht gerechnet aber der typ wurde doch voll gefickt im bergten jota kreiser jones kreis märz der hotel das ist bestätigt dass es so dass das joe helles kollege beim magazin ist hatte dich vom leuchten umführen beende deine geschichte und verschwinde dann so rasch wie möglich von ihr ist für mich gedacht er weiß für ihn und sie also für die die haben irgendwas gefilmt scheinbar oder so auto gezeichnet vermutlich vom lieferwagen von dem hotel so eine schweinerei dass die schild das schöne porträt ist ruiniert es widert mich an aber bursche 15. september 1950 das festival von bürgermeister bräminis lebt serpent creek einbrich im museum gefangen keine ausstellungsstücke wurden gestohlen oder beschädigt hat eine menge gutes getan so lange dass wir seine schweinereien aufdecken tatwaffe dann will man eben runde das war schon 26 minuten jetzt leck mich am arsch das macht hier sogar fast spaß ne macht wirklich ja wir haben einen funken eingesammelt ich habe es im funken ich habe den funken so zack in die tasche ich sehe kein problem und ich nein nein passt alles was aber noch hammer das ja der wagenheber weinglas apfel weinglas wagenheber und hammer ich muss den zusammensagen hier ne hier den letzten nur nicht mit betrieben weil ich es kann hätte ich nicht gesehen glaube ich den wagenheber der mutter ein abschleppsal em wagenheber hebe die webe ist verrückt aber seit sie jetzt geschrieben das ist verrückt das ist verrückt das verrückt das ist verrückt nee alles nicht ich dachte ich hatte irgendwas mit verrückt hat mich gehört das verrückte machte eine aufnahme von einer art kreatur müssen sofort einen herausgeber schicken was für den dinge sieht nicht menschlich aussieht eigentlich fucking hässlich aus seinem scheiß überbüste das ernst nehmen kann ich weiß nicht wollen wir im wagenheber nein okay so die leiche von joe tucker wurde in den spinnen gequetscht mit seinem hammer auf seinen kopf angeschlagen muss irgendwas beobachtet haben dann aufnahmegerät bei sich aber das tonband fehlte ein weg zum stadtplatz daraus finden wir den mörder und der laternenmast fällt der kreis der kreis kunden ist und ein mischmering so die stadt die soll das nicht im scherf schätze an der männer behörden Alles klar. Für sie doch immer. Diese Animationen. Wahnsinn. Das sind drei Hinweise, die mit deiner Ermittlung in Verbindung stehen. Ach so, stimmt. Das heißt ja, neun Clues. Also neun Hinweise. Und das sind... Wir haben schon drei von neun. Ich hab doch nicht mal angefangen, dieses Spiel zu spielen. Das wär mega lächerlich. Wenn ich nach eineinhalb Stunden fertig werde, also. Die Einheimischen scheinen mich gar nicht zu bemerken. Eine von ihnen wollte gerade etwas schwarze Mama besorgen. Die Einheimischen trinken es, während ich von irgendwem davor gewarnt wurde. Auch Helen bemerkte ihr seltsames Fallschlug. Ist sie deshalb verschwunden? Höchstwahrscheinlich. Langeweiler D. Das Schlangenmuseum bietet Ihnen beste Unterhaltung. Erfahren Sie mehr über den Ursprung der Schlange und Ihrer Mythologie. Serpent Creek. Besuch uns mit den Leuchten um der Stadt, um eine fantastische Aussicht zu genießen. Ich krieg mal das schwarze Mamba-Getränk. Kann ich? Ich hab irgendwie Lust, das zu trinken. Und wenn ich das trinken möchte, möchte ich das trinken. Ich darf nicht. Probieren Sie unser berühmtes schwarze Mamba-Getränk. Köstlich. Zwei zum Preis von einem. Fragstände. Entschuldigung. Bibliothek. Wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Hattest du schon mal das Gefühl, dass dich jemand von etwas fernhalten möchte? Ja. Also möchte dieses Spiel mich vom Ende dieses Spiel fernhalten. Das Gefühl habe ich sie erschöpft aus, armes Ding. Will sie ein Abschlepp sein. Ich wollte dir nur helfen. Wir alle werden unseren liebenswürdigen und fürsorglichen Bürgermeister vermissen. Einen Bürger von Serpent Creek. In Erinnerung an den Bürgermeister von Serpent Creek, John Martyr. Wie soll man das aussprechen? Moment. Google Translator. Die schöne Funktion, Sachen auch so audiomäßig auszugeben. Und wenn die Seite bitte mal laden würde, dann können. Nein? Hallo? Hallo Google. Willst du? Dankeschön. Google, erleuchte mich. Wie soll ich das aussprechen? Ich meine, das ist Märtyrer auf Englisch, aber... Warte? Martyr. Martyr? Martyr, okay. John Martyr. Das wusste ich selber. 21. Januar 1890 bis 8. April 1950. Ich werde die Arbeit von Bürgermeister Martyr tatkräftig fortsetzen. Alles klar? Ich möchte eine Erklärung dafür haben. Bei jedem fucking Wimbel-Spiel kriege ich nach 30 Minuten Gen-Attacken. Egal, ob es scheiße ist oder halbwegs Spaß macht. Ich verstehe es nicht. Geht was? Geht da? Es wird langsam spät. Ja, du wolltest noch ins Bett gehen. Du wolltest überhaupt nichts mehr machen. Aber trotzdem machst du noch was. Ist gut. Äh, Voice-Acting-Preview. Man hat es überhaupt versucht. Nein, ich wollte mit Bürgermeister sprechen. Eben nicht. Keine Zeit für eine Schnäppchenjagd. Aber ich bin Lebkuchenherzen. It's a Lebkuchen. It's a Lebkuchenherz. Der Song aus To this Money-Turm. Relativ am Ende. Wer es nicht kennt, ist auch nicht. Wir müssen den Ballon zum Platzen bringen. Sehr gerne. Wäre ich auf Experte gespielt, hätte ich. Wäre so grauenhaft gewesen. Da, da ist eine Nadel. Und Süßigkeit. Ich weiß. Es war zu einfach. Gefordert mich im Zweikampf und kommt an meinen Style ran. Kein Plan, Digga. Friedhof. Ja, da habe ich meine Mini-Axt zu Hause vergessen. Ich brauche wohl was anderes. Mini-Axt. Was ist denn? Mini-Axt von der Größe, oder was? Ich habe das Wort Mini-Axt noch nie gehört vorher. Also noch nie, ernsthaft. Nein, wirklich. Haben Sie ihn umgebracht? Haben Sie ihn umgebracht, fragte ich. Das ist eine sehr leichte Frage. Ja oder nein? Ich haue ihn aufs Maul. Ich führe hier eine polizeiliche Ermittlung durch. Also erstens. Was? Zweitens. Bei welchem Auto kommt... Feuer aus dem Abgas? Woa, also... Liegt drei Zeitungen. Nice. Freitag. Ach, das ist Helen. Okay. Freitag, 12. September 1953. Einbruch in das Museum. Die verwirrte Frau, die beim Einbruch in das Schlangenmuseum ertappt wurde, ist die Reporterin des Magazins sagenhaft. Die Polizei gibt keinen weiteren Kommentar. Okay. Scary. Wer versteckt Schrauben hinter Zeitungspapierknollen? Erstens wären Schrauben absolut unauffällig. Und zweitens machen es... Ich meine, wenn ich da drei Zeitungspapierknäule sehe und dahinter ist was, denke ich mir, was ist das denn? Warum wurde das versteckt? Wunder, dass hätte ich mich dafür überhaupt nicht interessiert. Kein Wunder, dass sie nicht klingelt. Dann müsste sie mit der Türklingel mit Schrauben an der Wand befestigen. Alles klar. Ja. Nein. Ich helfe ihn. Ich wollte eigentlich zurückgehen, aber... Hier ist was. Hier ist eine Trähe. Tschüss. Tschüss, Herr Krähe. Und wie geht es Ihnen so? Ist es dunkel? Es ist Hinweissymbole. Im Spiel sind neue Hinweissymbole versteckt. Sammler alle, um eine Trophäe freizuschalten. Okay. Okay. Interessant. Na dann helfe ich mir, meine Güte. Ja, hier. Abschleppseil. Willst du... Na dann. Ach. Ich muss es erst daran festmachen. Herr Krähe. Herr Krähe. Herr Krähe. Herr Krähe. krieg tschüss Natürlich fällt jetzt das kabel rein Direkt nach ihm Ich fühl mich hier etwas unsicher ich weiß auch nicht warum Es fühlt sich an als könnte ich hier gleich runter fallen was ein gehirn Es gibt dem wort gehirnfrau seine ganz neue bedeutung ich brauche etwas um das durch das eis zu stoßen Wie wärs mit diesem eis Dings da Ich weiß nicht wie es heißt ist es eispickel oder so Als ob ich es müsste So Schraubenschlüssel den müssen wir leider manuell suchen Da ist er Easy Das ist die zweite Schraube Mr. Wilson Ich äh Mr. Wilson Jetzt aber Ja Ja Aber wenn du mir sagst du es noch da ist Es ist noch da Und der Herr Schraubenschlüssel hat seine Auto Ist er okay? Erhkwache? Wir erleben einige kleine Schraubens Once in ein Jahrzehnt Es gibt nichts mehr zu interessieren All right Ich gehe in die Garage Ja Gerne Ich 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 Und Ein Stück Ich glaube, da ist jemand in der Zelle, aber hier ist es zu dunkel. Echt? Also ich mag schlanken Dicke. Sieht hungrig aus. Das sieht mich direkt an. Schauen wir uns mal um. Ein wirklich stattliches Jagdgewehr. Ames Tier. Der Chef hatte wohl im Krieg gekämpft. Danke, das ist die Erklärung. Dann denkt er, das ist die Erklärung für seinen Arm. Ich glaube, das war ein Kochunfall. Er wollte sich gerade... ...ne 5 Minuten Terrine machen. Und dann... Zack! Das kommt von der ganzen Chemie, die da drin ist. Freunde, ich habe auch keine Ahnung. Sie sehen wie ein glückliches Paar aus. Diplom der Polizeiakademie. Ehrenabzeichen der Polizei. Trophäenjagd. Sheriff Wilson hat ein gefährliches Haube. Ein... Maus... Ein... ein was? Okay. Ein Mausteil, das ich hier nicht weiter hinterfragen oder analysieren möchte. Sonntag. Öfter Juni, 1953. Evakuierung durch Kandalisation. Schwerer Schneefall zur Stätte die Brücke, wodurch der Leuchtturmwärter eingeschlossen wurde. Feuerwehrleute. Es gelingt mir oft, das zu unterdrücken, aber jetzt gerade noch. Feuerwehrleute kamen durch die Kanalisationstunnel zu ihm. Ha, die Brücke ist also zerstört. Ich frage mich, ob der Leuchtturmwärter jeden Tag durch die Kanalisation zur Arbeit ging. Das spricht nicht gerade für die Infrastruktur dieser Stadt. Zuerst muss ich die... Zuerst muss ich die... Komm her, wenn ich sie entdenedehte! Haus! Smash! Drei! Also, erstens, erstens, ich möchte nicht wissen, was das ist. Zweitens, sieht es aus, als wäre das Original mal schmäler gewesen und dann breiter gezogen. So ein klassisches Breitbild, aber das ist ja auch klar. Drittens, was? Viertens, ich konnte währenddessen mal kurz trinken. Das war ganz nett. Klippen, da waren wir schon. Ach, der Leuchtturm ist dann dahinter, okay. Beeindruckend. Wahrscheinlich denken sie jetzt, toll. Beeindruckend, nöööö. Muss keiner verstehen, war eine, ist eine lustige Heineken-Werbung. Sehr witzig. So. Holländische Heineken-Werbung, natürlich. Das sind großartige Neuigkeiten. Du bekommst also tatsächlich deinen Arm zurück. Erzähl mir unbedingt, wie das funktioniert. Eine Prothese, eine Transplantation. Gentechnik. Anschweißen einfach. Ich habe noch niemals von so einer fortschrittlichen Chirurgie gehört. Ich hatte die Daumen. Schreib mir bald auf ewig dein... Margaret. Ich meine, ich werde nie meinen Vorteil, ja? Ob erstens... Ob ein offensichtlicher eher Margaret heißt oder dass ich zwei Männer... Ich meine, man ist ja für alles offen, ne? Nur vermute ich... Das können Rechtschreibbinder sein. Vielleicht sollte es deine Margaret sein. Ja, wer weiß, ne? Von mir. Freie Liebe, Freunde, ja? Lieben und lieben lassen. Macht was im Wort. Nie im Leben zuerst muss die Schlange weg. Nimm ein Mausteil. Nimm ein Zahnräder. Verdammt. Diese Schlange ist gerissener, als ich dachte.